Man spricht auch im Englischen vom Elephant in the Living Room. Auf Deutsch sagt man so viel Leichen im Keller. Das passt gerade auf die Übersterblichkeit bezogen natürlich auch, dass die Rente jetzt wieder sicher ist. Bei der Welt konnte man das ja lesen. Wir haben unglaubliche gesellschaftliche Brüche erlebt. In Familien, in Betrieben, mit Ausgrenzungen etc. pp. All diese ganzen Sachen sind ja nicht besprochen, nicht aufgearbeitet worden bis heute. Und das macht natürlich was mit einer Gesellschaft. Bei dem, was man gemeinhin so als Angstporno bezeichnet oder was hier so gelaufen ist, in dieser kollektiven Massendynamik. In solchen epidemischen Phasen wurden immer Freiheitsrechte beschnitten. Das ist einfach immer genutzt worden. Und das ist jetzt auch kein Heißefall gewesen. Von morgens bis abends zugeballert wurde mit Informationen, die eher nicht so gesundheitsförderlich waren. Man hat ja schon fast den Eindruck, dass das Immunsystem eine Verschwörungstheorie ist. Es wurde absichtlich mit Angst, mit Verzerrung gearbeitet. Es gab ja ganz viele Fake-Bilder auch auf dieser toten Insel da vor New York, wo die Obdachlosen und so beerdigt werden. Das wurde dann auch auf einmal hochgeblasen. Wir müssen die Leute auf dieser Insel schon beerdigen, weil wir keinen Platz mehr haben. Oder mit den Krematorien. Alle überlastet. Dabei war es einfach, weil die Grenzen zu waren. Es ist in der Tat ein Kult. Vielleicht ist es sogar ein Todeskult. Man ist wirklich bereit, bis zum Letzten zu gehen, um das Narrativ ja nicht in Frage zu stellen. Die meisten sind ja ahnungslos, muss man ja sagen. Und diese Ahnungslosigkeit, die geht ja eher wieder einher mit einem kindlichen Bewusstsein. Weil ein erwachsener Mensch würde ja seine Positionen sich angucken, hätte einen gesunden Zugang zu seiner Intuition. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe heute Jörg Fuhrmann. Und wir sprechen darüber, was die letzten drei Jahre hier so abgelaufen ist, beziehungsweise wie und warum das so ablaufen konnte. Schauen vielleicht auch mal ein paar Jahre, Jahrzehnte zurück oder noch länger. Was gibt es da für Zusammenhänge, für Parallelen, für Gründe, dass verschiedene Leute sich so verhalten, wie sie sich verhalten haben. Und ja, noch kurze Info zu Jörg. Jörg ist Autor, Trainer, Therapeut und Speaker. Er beschäftigt sich mit Themen wie, beziehungsweise seine Schwerpunkte sind, Themen wie Bewusstseinssprünge, Selbstverwirklichung, Potenzialentfertung oder auch Bewusstseinserweiterung, Bewusstseinssprünge. Und daher finde ich es sehr, sehr spannend, da er sich auch sehr viel mit dieser Thematik beschäftigt hat, da so ein paar Phänomene aufzudecken und das, ja, uns zu präsentieren, damit wir vielleicht auch noch das eine oder andere besser verstehen, warum verschiedene Sachen so abliefen, wie sie abgelaufen sind. Hallo Jörg, schön, dass du dabei bist. Hi Sören, freut mich auch. Und ja, du kannst uns gerne noch ein bisschen mehr über dich und deine Geschichte, kurz und knapp, sagen, bevor wir dann gleich einsteigen. Ja, ich bin viele Jahre auch Hypnose-Trainer und bei der National Guild of Hypnotist und habe auch an Hochschulen unterrichtet, also Universität Konstanz zum Beispiel oder Fachhochschule Dortmund. und ja, und habe die ganzen Jahre auch mich immer stark eben auch mit diesen Phänomenen rund um die Massenpsychologie beschäftigt. Ich habe da auch ein eigenes Konzept mal entwickelt gehabt und ein paar Jahre Kurse gegeben zum Thema Dehypnose, wo es darum ging, bestehende Trance-Prozesse, die möglicherweise auch kollektiver Natur sein könnten, zu unterbrechen und zu dehypnotisieren. Wir haben Leuten häufig auch gesagt, sie brauchen keine Angst haben vor Hypnose, sie sind ja schon in Hypnose und wir machen jetzt einfach die Dehypnose. Und von daher habe ich mich da einfach viel mit beschäftigt. Ich habe mich auch stark mit dem Thema Medienanalyse im Studium und Kommunikation und so weiter beschäftigt. Und ja, und da war das, was jetzt abgegangen ist, natürlich ein ziemlich gefundenes Fressen, könnte man das mal so sagen. Ja. Ja, genau. Wie würdest du dann die aktuelle Lage, also die Ist-Situation zusammenfassen, bevor wir dann in die Vergangenheit zurückgehen? Ja, ich würde sagen, aktuell befinden wir uns irgendwie in einem schizophrenen Zustand, so ein Stück weit kollektiv. Alle wissen, da ist was passiert. Man spricht auch im Englischen vom Elephant in the Living Room. Ja, also der Elefant im Wohnzimmer, der für all der ganzen Familie den Platz raubt, wo alle wissen, dass er da ist und keiner redet drüber. Wir haben hier, glaube ich, keinen Elefanten im Wohnzimmer. Das ist mindestens ein Mammut, wenn nicht gar eine ganze Mammutherde. Ja, und das ist genau das Problem. Also wir haben, ja, auf Deutsch sagt man so viel Leichen im Keller. Ja, und das passt gerade auf die Übersterblichkeit bezogen natürlich auch, dass wir, dass die Rente jetzt wieder sicher ist. Das hat man, bei der Welt konnte man das ja lesen. Und wir haben unglaubliche gesellschaftliche Brüche erlebt in Familien, in Betrieben, in Gemeinschaften und mit Ausgrenzungen und allem, Verleugnung, üble Nachrede bis hin zu Gewaltandrohungen oder vielleicht sogar vollzogene Gewalt. All diese ganzen Sachen, die da passiert sind, beziehungsweise Verlust der körperlichen eigenen Selbstbestimmtheit und Integrität etc. pp. All diese ganzen Sachen sind ja nicht besprochen, nicht aufgearbeitet worden bis heute. Und das macht natürlich was mit einer Gesellschaft, dass man jetzt das weiß, dass das so ist. Und man weiß auch, der Nachbar würde möglicherweise beim nächsten Event auch wieder als Erster mit draufschlagen oder vielleicht sogar sich daran beteiligen. So haben manche Leute mir das hier in der Praxis gesagt. Ich weiß genau, wenn es hart auf hart kommt, würden die mich abholen lassen. Oder würden die mich quasi verpfeifen. Und dieses Lebensgefühl, was da jetzt im Hintergrund schwelt, bei vielen oder bei einem ganzen Teil der Bevölkerung, was ja kein kleiner Teil ist, ich würde mal so von 20 Prozent sprechen, das macht ja etwas. Und wenn man das jetzt noch aufaddiert mit verschiedenen anderen Dynamiken, die gerade laufen, befinden wir uns in einer ziemlich ungünstigen Gemengelage, sage ich mal. Also die kann langfristig auch, wenn sich da jetzt, wie gesagt, verschiedene Faktoren mit Wirtschaftskrise und sonst was noch drauf addiert, was ja schon der Fall ist, kann sich das auch in noch deutlich schlechtere Situationsgemengelagen hinein manövrieren. Also heißt, die Gesellschaft ist sehr gespalten, ist auch stark, würde ich sagen, angegriffen am Boden auch, könnte man schon sagen, und auch gewissermaßen vielleicht auch traumatisiert. Und alle, ja. Ja, das Schizophrenie ist ein Stück weit, du gehst jetzt raus, die Sonne scheint, die Leute gehen hier bei uns im Rhein schwimmen und Highlife, ne? Ja. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hörst du alle zehn Minuten in den Krankenwagen vorbei brettern. Ja, das war früher auch nicht so. Ja. Ja, und das ist irgendwie, ja, das meine ich, ne? Und das ist wie, wenn man sich versündigt hat und keiner spricht drüber, aber alle wissen es, ne? Und das ist irgendwie so, jetzt tun wir wieder so, als wäre gar nichts gewesen. Jetzt lassen wir uns doch wieder ganz normal spielen. So ein bisschen auch, kennt man ja auch vielleicht aus Familien, ne? Ja, genau. Also von Mama, Papa, Oma, Opa oder noch Generationen davor, da wurde dann sowas eher so unter den Tisch gekehrt, also auch ganz kleine Sachen und man spricht einfach nicht mehr drüber und tut so, als wäre es ganz normal. Das ist die Erbse unter der Matratze, das ist jetzt hier allerdings auch eine Wassermelone, ne? Eine Wassermelone unter einer Campingmatratze. Genau. Ja. Okay. Gut, und natürlich muss man ja sagen, dass das alles, was du gerade beschrieben hast, das ist nur die Spitze des Eisbergs sozusagen. Also unten drunter haben wir noch ganz viele andere Sachen. Ja. Würdest du vielleicht darauf mal eingehen? Wo starten wir? Ja, starten wir mal bei dem, was man gemeinhin so als Angstporno bezeichnet oder, ja, was hier so gelaufen ist, ne? Also in dieser kollektiven Massendynamik. Wenn man also die Geschichte der Epidemien sich anschaut, dann findet man da sehr schnell heraus, dass diese ganze Geschichte beinahe so alt ist, wie die Menschheit im Sinne von seit der feudalen, seit dessen feudalen Herrschaftsphasen. Und in solchen epidemischen Phasen wurden immer Freiheitsrechte beschnitten. Ja, also das ist einfach immer genutzt worden. Und das ist jetzt auch kein heißer Fall gewesen. Das will ich damit einfach sagen. Und die Häufung, die Häufung von Todesfällen, die sind letztendlich flexibel immer wieder auch genutzt worden und können einfach auch genutzt werden. Und wenn man sich die großen Epidemien in der Menschheitsgeschichte anschaut, auch in den früheren Jahrhunderten, also Mittelalter und so weiter, beruhen diese ganzen Beschreibungen, das alles, die ja häufig auch nicht mal von Zeitzeugen gemacht worden sind, die vor Ort waren, ja häufig eben auf Mutmaßungen. Und das haben wir jetzt ja auch gesehen. Das heißt also, diese erste Sterbewelle, die da passiert ist, da hat man ja dann auch im Zeitungsartikel und so drüber gelesen, dass da ganz viel durch falsche Behandlungsprotokolle gestorben worden ist. Zum Beispiel viel zu frühe künstliche Beatmung oder toxische Medikamente, die dann nach so einem China-Protokoll verordnet worden sind. Dabei gab es andere Sachen, die man hätte nehmen können, die nicht so toxisch waren und die auch besser gewirkt hätten, aber die waren dann nicht erlaubt oder waren explizit verboten zum Teil. Ja, solche Dinge halt. Und wenn dann also so eine Häufung von Todesfällen dann auch noch medial inszeniert wird, wie das dann mit so Militärtrax in Bergamoda passiert ist und so, das erzeugt natürlich Angst. Vor allen Dingen eins, Angst. Und da gab es ja auch dieses Strategiepapier, was da gewisselblowt wurde, wo dann auch drin gestanden hat, möglichst am Anfang weg möglichst viel Angst und Panik verursachen. Das alleine nur, wenn man das gehört hat und gelesen hat, musste man doch eigentlich wissen, wo der Hase herläuft. Ja, und das kann man natürlich dann steigern über akustische Angstkulissen, könnte man fast schon sagen. Das hat man im Mittelalter gemacht, über ständiges Läuten von Totenglocken zum Beispiel. Das sind heute halt die Sirenen, die dann ständig heulen. Da habe ich mal ein paar Videos zu gemacht mit Symbagus-Klangprotokoll, was diese angsterzeugenden Klänge mit unserem Nervensystem machen. Es sprengt jetzt hier ein bisschen den Rahmen. Müssen sich die Leute vielleicht einfach mal bei meinem Kanal reinklicken und sich das mal angucken. Aber Fakt ist, dass dadurch das autonome Nervensystem ständig in eine Disbalance gebracht wird, durch diese akustischen Stimuli auch. Und wie wir das ja wissen aus der ganzen Forschung im Bereich Placebo und Nocebo, ist es halt so, dass nicht nur Placebo auf magische Weise wirkt und hilft, sondern eben auch das Nocebo. Also Gerry Bruno Schmidt hat da viel zu gemacht, Tod durch Vorstellungskraft. Es gibt noch ein anderes Buch, wie sie trotz Röntgentest, Beipackzetteln und irgendwie noch was gesund bleiben. Der Titel heißt Nocebo, wer es glaubt, wird krank. Ja, so ein Buch hätte man sich vielleicht mal vorher durchlesen sollen, bevor das Ganze losgegangen ist. Aber das nützte auch nichts. Ich habe auch viele Leute in meinen Kursen gehabt, die daran teilgenommen haben und die die Sachen alle wussten und wo ich teilweise entsetzt war, dass sie trotzdem voll auf dem Film sind. Da habe ich einige von denen angesprochen und mit denen war nicht zu reden. Warum das so ist, komme ich später noch mal zu. Okay, ich wollte gerade fragen, wie du dir das sagst. Ja, also Angst, ja, Angst, Dynamiken erzeugen zusätzliche Opfer. So, und das hat Luther zum Beispiel beim sogenannten englischen Schweiß damals auch schon erkannt, dass die Psyche ein ganz wichtiger Faktor ist. Und wenn man das durchdringt, dann sinkt auf jeden Fall die Chance zu erkranken schon mal deutlich. Und da wurde ja eigentlich genau das Gegenteil gemacht, weil man von morgens bis abends zugeballert wurde mit Informationen, die eher nicht so gesundheitsförderlich waren und nicht so ermächtigend waren. Und ja, man hat ja schon fast den Eindruck, dass das Immunsystem eine Verschwörungstheorie ist. Ja, also nochmal zusammenfassend, es wurde absichtlich oder vorsätzlich quasi mit Dramatisierung, mit Angst, mit Übersteigerung, mit Verzerrung gearbeitet. Man munkelt ja auch, dass einige von diesen Bildern zum Beispiel, wo du jetzt Bergamo angesprochen hast, diese Leichen. Ja, da gab es ja ganz viele Fake-Bilder auch. Genau. Auf dieser toten Insel da vor New York, wo die Leute da auch schon immer, die Obdachlosen und so beerdigt werden. Ja, das wurde dann auch auf einmal hochgeblasen, hochgejustert, mit Anzügen und allem, haben sie die dann da und guckt mal an, wir müssen die Leute auf dieser Insel schon beerdigen, weil wir keinen Platz mehr haben oder mit den Krematorien, alle überlastet. Ja, und dabei war es einfach, weil die Grenzen zu waren und man jetzt von der Schweiz sie nach Deutschland nicht mehr kachen konnte oder von Deutschland nach Polen oder so. Und deswegen waren auf einmal die lokalen Krematorien überlastet. Oder in Norditalien ist ja auch so gewesen, dass die Kliniken in den letzten Jahren immer wieder, ich meine, Italien ist ja bekannt für ein ziemlich marodes Gesundheitssystem und ständig mit den Grippewellen, die waren ja dauernd überlastet. Da kann man auch einen ganzen alten Zeitungsartikel finden. Also, man muss schon von irgendwie einer Form von Vorsatz ausgehen, die da jetzt in irgendeiner Form eine Rolle gespielt haben muss. Ja, mit dem Ziel, die Leute zu verunsichern oder einfach leichter manipulierbar oder lenkbar zu machen. Ja, da kommen wir jetzt mal drauf nachher. Ja. Ja, also Fakt ist auf jeden Fall, das kann man auch in diesen Epidemien in den früheren Zeiten sehen, da gab es auch solche Maßnahmen schon immer wieder und die Korrelation, sag ich mal, zwischen mehr Maßnahmen und mehr Toten, die war früher schon gegeben und das ist auch dieses Mal so, wie es aussieht. Also, der Mensch früher hatte ja vor allen Dingen Angst vor ganz unbewussten Dynamiken, er hatte Angst vor Dämonen, vor Teufeln, vor Monstern, ganz viel auch vor Ungeziefer, also diesem alles, was so irgendwie animalisch ist oder dann dem Pesthauch zum Beispiel und das sind alles so Dinge, die man auch so psychoanalytisch ganz interessant, also ganz spannend, sicher auseinandernehmen könnte, weil das ja auch häufig ganz viel mit diesem Unterbewusstsein zu tun hat, was die Kirche dann mit Widerständlern gemacht hat, wissen wir, das waren dann die Ketzer, die kamen dann halt alle auf den Scheiterhaufen, die naturherkundlichen Frauen hat man damals ja auch schon alle entsorgt und verbrannt. Ja, also das ist eine, wie soll ich sagen, wenn man sich die Geschichte anguckt, ist das Ganze wie so ein Amalgam, was da diese ganzen Epidemien und dieser Dämonenglaube und so weiter, das Thema Ketzerei, das hängt da alles irgendwie auch miteinander zusammen. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass gerade im 16. bis 18. Jahrhundert sehr viele auch gewaltsame Revolutionen und Aufstände es gegeben hat, nicht nur jetzt in Frankreich, sondern eben auch in anderen europäischen Ländern. In England war das schon fast Tradition, da gab es alle, im Schnitt alle drei bis vier Monate, gewaltsame Aufstände von der Bevölkerung gegen die herrschenden Klassen und das ist natürlich bedrohlich gewesen und da konnte man also die Leute natürlich auch gut in dieser ganzen Zeit über so Epidemiegesetze immer wieder unter Kontrolle bringen und unter Kontrolle halten. Im 19. Jahrhundert hat es ja sehr viele Stadtbrände gegeben, wo viele europäische Städte und auch in Amerika ist ja viel in Asche und zu Staub gegangen. Da hat man das vielleicht auf wisse Weise gemacht, weiß ich nicht, ob das Vorsatz war, aber kann man einfach mal so festhalten, dass da auf jeden Fall auch was gelaufen ist. letztendlich sind in diesen ganzen epidemischen Zeiten ist die Bevölkerung kontrolliert worden, gelenkt worden, man hat auch die Bevölkerung reduziert, ja, ob das jetzt Vorsatz ist, lassen wir mal da hingestellt. Es gibt Mediziner und Medizinjournalisten, die sagen, ja, das wurde vorsätzlich gemacht, gerade in früheren Jahrhunderten, weil auch der Faktor Enteignung ganz wichtig war. Wenn jemand gestorben ist, dann ging das häufig und wenn er keine Erben hatte, dann ging das sofort an die Kirche rüber. Und du weißt das ja selber alles von den ganzen Interviews, die du auch gemacht hast in deinen Kongressen, wie zum Beispiel da die Quecksilberkuren gemacht wurden, rauf und runter. Das ist ja nicht so ganz lange her, dass das noch das Mittel der Wahl war oftmals. Und dann sind die Leute natürlich brutalst krank geworden. Und dann hat man denen dann einen Aderlass nach dem nächsten verpasst und Schwitzkuren, wo sie das Bett nicht verlassen durften und dann da mit Hitze die ganze Zeit dann da im Bett und immer das Blut raus und Quecksilber oben rein. Ja, das machst du ja nicht lange, dann bist du halt tot. Und dann bist du halt einer von denen, die dann da halt in die Statistik reinfließen, hätte ich beinahe gesagt. Und in diesen solchen Zeiten hat es also extreme Umverteilung von Vermögen gegeben. Und zwar in der Regel von der unteren Klasse oder der mittleren an die obere Schicht. Was wir jetzt ja auch genauso gesehen haben. Exakt. Und auch dieses, dass man die Leute kontrolliert, dass man vielleicht den Scheinwerfer irgendwo hin, also auf etwas lenkt. Oh, guck mal, da hinten ist ein Dinosaurier, ein Tyrannosaurus Rex. Guck mal da. Dinosaurier sind auch nochmal ein spannendes Thema für dich. Ja. Und also dadurch, dass der Scheinwerfer dann auf etwas anderem ist und alle hingucken, merken sie nicht, dass in der Zeit viele andere Sachen umgesetzt werden. Wie zum Beispiel 5G wurde extrem ausgebaut. Wenn du jetzt hier die Autobahn langfährst, hast du alle 200 Meter einen Turm auf einmal, ne? Ja. Oder auch... Das hat natürlich nichts miteinander zu tun, ist klar, aber... Ja. Aber rein, wenn man jetzt mal rein phänomenologisch, ich versuche da phänomenologisch auf so Sachen zu schauen. Ja. Und das heißt, man beobachtet einfach Phänomene und sieht, okay, das ist vor 500, 600 Jahren auch so ähnlich gelaufen. Und dann gibt es gewisse Parallelen, die sich so wiederholen. Und das ist halt interessant, sich das anzuschauen, ne? So, dass sich einfach auch Muster, wie so Fraktale, ne? So fraktalmäßig wiederholen. Und... Die sich aber auch nur wiederholen können, weil das Kollektiv mehr oder weniger nichts daraus lernt. Ja, natürlich, ja. Das heißt, wenn das Kollektiv sich das bewusst machen würde und vielleicht auch... Es läuft ja immer gleich, ne? Also wenn du dir den Anfang vom letzten Jahrhundert anguckst mit jetzt, das ist die Parallelen, das habe ich schon vor 10 Jahren gesagt, die Parallelen sind erschreckend. Also wie so eine seichte Esoterik zugenommen hat. Und ja, als dann 2008 die Bankenkrise kam, dachte ich, oh, jetzt geht es schon los. Ja, und dann kam es dann aber jetzt zeitversetzt. Ja, also... Zwölf Jahre, aber... Anyway, also... Das wiederholt sich... Jetzt dieser Krieg in Europa wieder, ne? Also es wiederholt sich leider ganz viel. Und ich meine, die spanische Grippe ist ja auch so ein Thema für sich. Das war ja damals auch. Und da gab es auch den Slogan Stay Home and Save Lives, ne? Ja, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß nicht, habe ich den letzten schon mal gehört, glaube ich, irgendwo, ne? Ja, habe ich auch schon mal gehört. Und also... Da sagt man ja, dass dann viele Leute dort gestorben sind wegen der empfohlenen medizinischen Maßnahmen. Ja, das sagt man, ja. Ja. Ja, es gibt ja auch Leute, die da ganz spannende Berichte zu der Zeit. Die findet man natürlich nicht bei Wikipedia und Co, ne? Wo findet man die? Für den interessierten... Ja, da muss man alte Literatur dann wälzen, ne? Ja, okay. Gut. Also, Fakt ist, dass eben diese ganzen epidemischen Phasen immer auch genutzt wurden, wie so eine Art Wirtschaftskrieg. Also, man könnte sagen, oben gegen unten. Also, eine Seuche war immer eine super Sache, wo man eben halt sehr schnell sehr viel Macht addieren konnte. Und das ging halt... In früheren Zeiten war das halt Adel und Klerus, ne? Und heute sind das dann eben bestimmte Großkonzerne gewesen. jetzt, die sich gefreut haben über mehr Bestellungen und so, alles online. Und der kleine Fuzzi macht halt zu. Das habe ich ja auch vorhergesagt damals. Und da haben sie mich ja auch alle angegangen, wie ich das wissen wollte und so. Und na ja, gut, also. Zum Glück wurdest du nicht verbrannt als Hexe. In der Regel noch nicht, ja. Noch nicht, ja. Zum Glück, ja. Also, Basel hatte ja im... Ich glaube, es war so im 14. Jahrhundert, hatten die ja das erste oder 1400, glaube ich, das erste Seuchengesetz gemacht zur Seuchenbekämpfung, ja. Ja. Und in dieser Zeit hat man schon gewisse Paralyse... Also, wenn man das nimmt, auf heute guckt, ja. Also, dann durftest du dann deinen Ort, wo du lebtest, nicht verlassen. Dann gab es... Da wurde ein Maximallohn festgelegt, für den du arbeiten musstest, der dann aber kaum zum Leben reichte. Ja, also Reiseverbot, Arbeitszwang, Maximallohnzwang. Dann gab es Verbote zu feiern. Es gab Verbote, sich mit so und so vielen Leuten zu treffen. Du durftest auch als Gesunder nicht auf den Marktplatz gehen. Also, kommt einem alles so vielleicht sukzessiv bekannt vor. Deswegen hat Ludwig Börne damals gesagt, die Pest geht vorüber, die Strenge bleibt. Also, das heißt, das ist alles schon irgendwie auch stark genutzt, instrumentalisiert worden. Das Ganze basiert ja ganz stark auch auf Schuld. Ist ein großes Thema bei mir auch hier immer wieder, Schuld und Scham. Und Schuldgefühle schaffen tendenziell auch so eine schambasierte Unterwürfigkeit. Das heißt, wenn man sich quasi schuldig fühlt, dann wird man also in zunehmend, wie soll ich sagen, in seinem Selbstgefühl auch untergraben. Das hatten wir jetzt halt ganz stark, in dem jeder halt potenziell ein Seuchenüberträger sein konnte, der nicht die Absolution erhalten hat. Das war im Mittelalter halt dann vom Papst oder von der Kirche und das war jetzt eben halt vom Test, vom heiligen Test, vom heiligen Drosten oder wem auch immer. Und ja, also sonst warst du eben der asymptomatische Überträger und im Mittelalter hat man eben halt Armut und Krankheit verstanden als so eine göttliche Strafe. Ja, das ist Heinrich Heiner hat das gesagt, das Christentum ist eine Krankheitsreligion und da haben wir also ganz stark auch jetzt das gesehen, wo die sich dahingestellt haben, ihre Banner ausgerollt und ja, also wo die Kirche ganz stark mobil gemacht hat, jagt's euch rein. Ich glaube, auf dem Spiegelcover habe ich noch eben ein Screenshot, da war das, die E-Mail ist ein Geschenk Gottes, ja, wo das alles so ins Sakrale verschoben, ja, also, ja, wo die dann da die Imbrappule da angebetet haben. Ja, das deckt sich ein Stück weit ja, wirklich mit dem 18. Jahrhundert, wo der Papst Pius VII eben auch diese Pockenimmelung, ich glaube, das war irgendwie 1822, meine ich, Pockenimmelung als göttliche Vorsehung interpretiert hat, ja. Und das Ganze läuft dann immer unter diesem Deckmantel, ja, von Schutz, von Fürsorge, wir interessieren uns ja nur für deine Gesundheit und da kann man halt nichts gegen sagen, ja, also das ist, ja, wenn das doch nur gut gemeint ist, ja, und das Problem ist, dass die Leute, also der Großteil der Leute sind auch nie richtig erwachsen geworden. Ich wollte es die ganze Zeit sagen, ich wollte es die ganze Zeit fragen, dieses Schutz, Fürsorge, also fake, sage ich mal, diese Abhängigkeit, diese, hier, ich gebe dir was oder ich gebe dir dieses und jenes und dann fühlst du dich besser, dann bist du was, ist ja immer dieses, ich bin eigentlich nicht erwachsen. Was früher, genau, was früher halt die Kirche war, also der heilige Vater war, das ist jetzt halt der heilige Wissenschaftler und aber der, nur der, den wir sagen oder der heilige Journalist, der das dann halt top down nach unten verfüttert. Und was man den Kritikern vorgeworfen hat, dass sie alle Infantile in dem pubertären Rebellionsding hängen geblieben sind, genau das Gleiche kannst du vice versa diesen Leuten zurufen, die alle da programmmäßig gesagt haben, Trust Science. Also wenn, wenn es nur die Science gibt, die wahr ist, weil wir sagen, die ist wahr, dann hat das, ist das so wissenschaftsfeindlich wie nur irgendwas, weil Wissenschaft ist ja Diskurs, alles andere ist Glauben, deswegen hat der Kaiser mit dem Buch der Kult ja, hat das ja voll in Schwarze auch getroffen. Ja, also es ist in der Tat ein Kult, vielleicht ist es sogar ein Todeskult, ja, weil das ist ja in so Weltuntergangssekten auch immer so, die haben halt eben so ein Motiv, wo es eben häufig um Tod geht und wie so Todesbesessenheit und man ist wirklich bereit, bis zum Letzten zu gehen und um das Narrativ ja nicht in Frage zu stellen, am Schluss Jim-Jones-Sekte und so, dann haben die sich dann halt da im Urwald alle umgebracht oder im Waco damals, ja und das, wenn man sich jetzt die Übersterblichkeit anguckt, ist das natürlich ein bisschen indirekt so, die haben das natürlich jetzt nicht absichtlich so gemacht, die Leute, aber wenn man jetzt, also die sind, die meisten sind ja ahnungslos, muss man ja sagen und das muss man, und Ahnungslosigkeit, also ahnungslos da hineingelaufen in diese ganze Sache und diese Ahnungslosigkeit, die geht ja eher wieder einher mit einem kindlichen Bewusstsein, weil ein erwachsener Mensch würde ja verschieden, dialektisch, verschiedene Positionen sich angucken, hätte eine gesunde, einen gesunden Zugang zu seiner Intuition, könnte die Fakten abgleichen, plus Intuition, plus Einfühlung emotional und könnte dann für sich eine Entscheidung treffen. Das geht aber nicht mehr, wenn die Schritte, die jetzt im Folgenden genannt werden, von mir noch, wenn die auch greifen und das ist ja hier passiert. Das erste ist, dass es, das latanische Prinzip, das die Römer schon hatten, Teile und Herrsche, das heißt also, dass man eine starke Trennung zwischen Gruppen macht in der Gesellschaft und hier hat man es ja geschafft, eine Trennung zu machen, bis in die engsten Familienbünde hinein, bis in Partnerschaften, zerspalten bis zum Umfallen. Da habe ich so ein Kanton gesehen, da ging so ein Riss und dann ein Weihnachtsbaum durch und auf der einen Seite standen die Maskierten und auf der anderen Seite die Unmaskierten und dann stand da drunter frohe Weihnachten. Das war jetzt 20, 22 oder 21, weiß ich nicht mehr, wann das war. Und da haben ja sehr viele auch extrem drunter gelitten. Also da haben ja, ich habe hier das alles in der Praxis gehört von Leuten, da haben dann die eigenen Kinder, obwohl die Eltern ihre Kinder immer alternativ erzogen haben und mit, was weiß ich, Waldorf und Globuli und weiß der Geier was, haben die Kinder, die Eltern dann aus den WhatsApp-Gruppen der Familien rausgeschmissen und Mama ist eine Schwurblerin und keine Ahnung und ja, oftmals die Eltern untereinander auch getrennt und der eine hat dann das voll befürwortet, der andere nicht und wirklich Paare, die sich dann getrennt haben, die gerade noch ausgebaut haben und ja, wo die Frau oder der Mann, was weiß ich noch, Arzt oder Heilpraktiker ist, Naturarzt oder Heilpraktiker und die ersten waren, die sich das Zeug reingejagt haben. Ja, was willst du da machen? Also da bist du fertig. Ja, also ein ganz wichtiger Teil bei dieser Verhüllungsstrategie ist eben die Entmenschlichung und also Stillface Experiment, du siehst keine Mimik mehr, wir haben dann tatsächlich Kinder- und Jugendpsychotherapeuten bei Facebook und so geschrieben, ja, man kann auch mit den Augen lachen. Hallo? Ja, wenn man sich die alten Sachen anguckt, was mit Kindern passiert, weil es ging um Kinder, da habe ich gesagt, es läuft schon fast Kindesmissbrauch jetzt, ja, und man sieht ja, was die Kinder jetzt alle für einen Schaden haben, wie die mit der Entwicklung zurück sind, wie, das habe ich alles, ne, ich habe das alles vorhergesagt, ich bin von Therapeutinnen zum Teil angegangen worden, das kannst du dir nicht vorstellen, sogar von Kunden von mir auch und so. Ja, das kann nicht sein. Du musst dir einfach nur mal die Daten angucken von dem, was man vorher wusste, über Bindungsforschung, über Entwicklungsforschung, ich meine, das ist jetzt kein Riesenhexenwerk, sich das anzugucken und eins mit einem gesunden Menschenverstand zusammenzuzählen, aber dazu waren die meisten aus den folgenden Gründen, die jetzt kommen, gar nicht mehr in der Lage. Jetzt bin ich gespannt, mehrfach angekündigt schon. Ja, also wichtig ist noch mal, also noch mal wichtig zu sagen, dieser ganze Verhüllungsquatsch und das alles und Abstand und so weiter und dieses ganze Desinfizieren mit diesen hochgiftigen Sachen, ja, null Effektivität auf das gesamte Krankheitsgeschehen. Ja, das konnte man ja auch vorher schon sagen, Leute, die sich ein bisschen ausgehen, haben das auch gesagt und ja, so hat es. Beziehungsweise einen negativen Effekt. Ja, genau, richtig, genau, genau. Weil, ich sag mal, 1920 oder 18, spanische Grippe, da hat man halt einen Baumwolllappen gehabt. Das war eben nicht so vom Maul, ne? Das war bei Weitem nicht so problematisch wie das jetzt, weil die Leute haben jetzt natürlich das ganze Mikroplastik eingeatmet, CO2-Rückatmung den ganzen Tag lang. Ja, Detox läuft zu 70 Prozent über die Lunge. Das wurde alles abgeklemmt. Ja, und jetzt haben die Leute alle möglichen Probleme bis zum Anschlag. Ja, aber das macht ja nichts. Das ist alles top so, ne? So, und genau, dann erst mal diese maligne Trennung zwischen eben den Gesunden und den Kranken, die wir schon immer in diesen, was wir schon immer in diesen Epidemien hatten. Weißt du, wenn dir im Mittelalter oder da irgendwie später noch in der Zeit jemand, ein Arzt gesagt hat, du hast Lepra, dann warst du fertig, ja? Dann wurdest du enteignet, dann wurde dir ein ganzer Besitz weggenommen und du wurdest verbannt und wurdest dann da ausgeschlossen. Und das war wie ein, das war ein absolutes Todesurteil, ne? So, und so ähnlich, subtil hatten wir das jetzt ja auch. Natürlich nicht so extrem, aber ich sag mal, viele Leute haben auch Pleite gemacht in der Zeit und wirtschaftlichen Tod erlitten. Und das sehen wir, die Folgen sehen wir jetzt ja auch an dem ganzen Ding. Das ist ja nicht wegen Corona, sondern das ist ja alles wegen den Maßnahmen passiert, ja? Das muss man ja auch immer unterscheiden. Und hier wurde dann eben nicht nur zwischen krank und gesund, sondern später eben auch zwischen geimpft und ungeimpft unterschieden. Und das hat natürlich für die, die dann in diesem exklusiven Verklappungsclub dabei waren, für die hat das den Narzissmus unheimlich hoch geblasen. Die haben sich unheimlich daraus was eingebildet. Da fuhr in Berlin damals so eine U-Bahn da rum mit einem roten Teppich und dann stand draußen dran, blinkte immer auf der Display, nur für geladene Gäste, ne? So, und da konntest du dir dann in dem Zuchter das Ding abholen. Andere sind dann nur zum Baumarkt gegangen oder in eine Kneipe, ne? Und obwohl das eigentlich eine schlechte Idee ist in Verbindung mit Alkohol, haben sie sich da reindrücken lassen. Ja, da haben sie sich später besperrt, dass es keine Bratwurst gab in Genf und ich glaube, in Wien gab es wenigstens noch Blowjobs, hat irgendeiner geschrieben, ja? Da konnte man ins Bordell gehen und kriegte dann auch da so ein Ding auf dem Zimmer verpasst, ne? Also, das kann man sich eigentlich nicht mehr ausdenken. Also, in Österreich gab es zumindest eine Golf oder Volkswagen-Lotterie, irgendwas, weiß ich nicht mehr, irgendwie eine Autoverlosung. Ja, das ist unglaublich, ja? Also, naja, auf jeden Fall hat das Ganze unglaubliches Misstrauen geschaffen, auch zwischen den Gesunden, weil du könntest ja ein asymptomatischer Kranker sein oder asymptomatischer Träger. Und das hat eben zu dieser Ausgrenzung im engsten Raum geführt und der soziale Zusammenhalt ist einfach extrem brüchig geworden. Das heißt, Mitgefühl, also Empathie, Nähe, Hilfsbereitschaft bis hin zu wir lassen dich alleine sterben und Beerdigung geht auch nicht. Ja, also, das war schon ziemlich grob und da haben auch sehr viele richtigen Trauma, hätte ich beinahe gesagt, bei weggekriegt, dass sie ihre Verwandten bekanntlich sehen durften und nicht mal verabschieden konnten oder dann in diesen Heimen da mit Plexiglas, zwischen Plexiglas oder diesen Folienanzügen, wo man da durchgreift und so weiter. Also, sowas von unmenschlich, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, dass es das mal gegeben hat. Aber es war ja auch verboten, auf einer Parkbank im Freien zu sitzen, im Wald und ein Buch zu lesen oder so. Das war verboten, ja. Das muss man sich auch noch mal zu Gemüte führen. So, und der Schlüssel für das Ganze ist der Massenwahn, auf den ich ja gerade schon hingezielt habe am Anfang. Wie wird das erzeugt? Du hast vor allen Dingen eine Dissonanz in den Botschaften. Du hast, das ist nicht kongruent, was da kommuniziert wird und das war ja die ganze Zeit so. Dafür waren ja auch genau die passenden Leute da am Werk, wo man manchmal gemeint hat, da wurde was genommen, wenn da irgendwas vermittelt wurde. Ja, also vor, zurück, links, rechts, hoch, runter, heute so, morgen so, dann andere, wieder andere Zahlen, andere Parameter, heute zählt das, morgen zählt das, heute in dem Gebiet so, übermorgen in dem Gebiet so. Also völlig Kolone auf Deutsch. Du weißt überhaupt nicht mehr, woran du dich halten kannst und du bist eigentlich in so einem, in so einem, ja, hypnoiden Zustand. Wir nennen das in der Gnose, ist das eine Induktionstechnik, die heißt Konfusionsinduktion. Dein Frontalien schaltet einfach irgendwann ab. Wenn die Informationen so widersprüchlich sind, schaltet das irgendwann ab. Dazu kommt dann noch, diese, auch dieser Wechsel zwischen, ich sage mal, Panikmache auf der einen Seite, diese ganzen, oh Gott, jetzt kommt wieder eine neue Variante und eine neue Welle und wie, und dann auf der anderen Seite aber diese Durchhalteparolen, das hatten wir auch schon öfter in der Geschichte. Ja, also jetzt noch das und dann haben wir es geschafft und jetzt noch das und noch eine Woche und nochmal und noch die eine Welle und ja, auf der anderen Seite wieder Panik, 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 Panik und das schafft bei den Leuten auf der einen Seite so ein Hoffnungsschimmer, so das Licht am Ende, apropos Licht am Ende des Tunnels und auf der anderen Seite aber immer diese autoritäre Keule, na, aber du gehst jetzt nicht spazieren heute, ne, sonst wirst du verprügelt hier draußen, so, ne, also, dieses, auch dieses Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip und, was macht das, wenn man sich da mal einspürt, ja, also wir wissen ja alle, was das macht, aber wir haben es jetzt ja live erlebt, so und das macht vor allen Dingen, dass die Persönlichkeit oder die, die charakterliche Struktur zersetzt wird. Das heißt, wir haben eine Atmosphäre voller Misstrauen, wir haben diesen Mangel an sozialer Bindung, wir haben diese Ausweglosigkeit, wir haben Angst, die, die ständig irgendwo aufkommt und, und durch den Raum fliegt, ja, dann, dann haben wir ständig diese Frustritte, Frustrationserfahrung, jetzt habe ich mich doch schon so angestrengt, jetzt habe ich doch schon immer dies gemacht und jenes gemacht und trotzdem ist es wieder nicht gut genug gewesen, so, ne, und wenn das über einen gewissen Zeitraum immer wieder gemacht wird und du weißt einfach nicht, was du machen sollst, dann gehst du hinterher einfach nur noch in den totalen Shutdown, in den Freeze, Dorsaler Vagus, bumm, fertig, das hat Seligmann untersucht mit den Elektroschocks bei den Schäferhunden damals, ganz brutale Experimente, ja, da konnten die mehr hin und her springen zwischen so Boxen und dann kriegten sie dann da auf der anderen Seite auch einen verplättet und dann sind die einfach nur in dieses Ding, was er learned helplessness nannte, also er lernte Hilflosigkeit und waren dann einfach nur noch in diesem Freeze, sondern waren völlig apathisch mit der Zeit und das hat Pavlov auch beschrieben schon und, und andere eben auch und genau das ist hier passiert und das wurde auch erforscht schon vor 100 Jahren am Tavistock-Institut in London, in England, die haben diese ganzen Sachen erforscht, wie man Gesellschaften schockmäßig konditioniert, wie das nannten die Social Engineering beziehungsweise soziale Turbulenzen auf Deutschland, wie man die verursacht, die ganzen Flächenbombardements, die die Briten gemacht haben im Zweiten Weltkrieg, das war ja von der psychologischen Kriegsführung erdacht, die wurden auch nach diesem Muster quasi erdacht, dieser sozialen, wie man diese Schockwellen möglichst gut verbreiten kann und man hat also, die haben dort also beschrieben, dass eben die Abfolge von Schocks sehr schnell sein muss und dann kommt die Gesellschaft oder die Leute kommen in so einen Zustand von so einer kollektiven, ja, Massenwahn, Raserei fast schon plus Dissoziation, Wahn plus Dissoziation, das hat zur Folge, dass man die Realität verweigert. Und dass man sie auch gar nicht mehr sehen kann, oder? Einfach weil so viel... Exakt. Also, das trifft auf 20% zu, die sehen es wirklich nicht mehr, das passt auch zu dem, was man aus der Hypnose kennt, das sind also die 20% der Hochsogustiblen, kannst du so sagen, ja, also 20% bis 25% oder wie auch immer. Heißt das auch, was heißt das auf Deutsch? Wie bitte? Diese Hochsogustiblen, irgendwas für den Leiden, was... Ja, okay, das sind die, die sind sehr, sehr hoch, also sind hochgradig empfänglich für Bilder, die suggeriert werden. Ja. Die gehen also bei Hypnose testen, ein Show-Hoblitteseur sucht sich die, also als erstes raus im Publikum und macht mit denen dann die Show. Ja, also ich würde mal sagen, in der letzten, jetzt in dieser Phase, die wir hatten, waren es wahrscheinlich auch 30%, die da so voll drauf waren. Und dann hast du eben 20%, kannst du sagen, die sind wenig suggestibel, das heißt, ein Show-Hoblitteseur würde die für eine Abendveranstaltung eher aussortieren, das ist eigentlich auch sein Talent, was der hat, dass der rausfindet, wer sind die 20%, weil mit denen versaut er sich den Abend. Wenn der davon einen als erstes auf die Bühne holen würde, dann ist sein Ding gelaufen, weil dann ist die Suggestion für alle anderen, der kann es nicht. Ja. Und dann haben wir eben so ein Mittelteil, ja, das sind jetzt, sage ich mal, so irgendwas, je nach Kalkulation, sind das 40, 50, 60%, so roundabout, die sind so teilsuggestibel, sage ich mal, oder die haben so normales, eine normale Suggestibilität, die realisieren das vielleicht früher oder später, kriegen auf einmal irgendwie schon mit, dass da was nicht stimmt, sind sich auch irgendwie vielleicht auch völlig bewusst, dass das irgendwie kompletter Nonsens ist, aber die sagen innerlich trotzdem wieder zu ja, beziehungsweise tragen sie es mit. Das sind also die, die das ganze Ding auch eigentlich am Laufen halten, weil wenn die sagen, sich hinstellen würden, kollektiv und sagen würden, das ist Quatsch, dann wäre das Ding vorbei. Und das ist genau das Problem, dass die das eben nicht machen. Und dafür haben die gute Gründe, weil sie schon auch merken, dass so eine gewisse Sache jetzt, dass es opportun ist, das da mitzumachen. Das hat Vorteile. Man spürt auch, das läuft in so eine bestimmte Richtung und da möchte man sich schon mal richtig positionieren. Man will im richtigen Team spielen. Ja, man will nicht bei den Bösen sein, die irgendwie, bei uns sind das dann immer die Rechten, also in Deutschland. Da will man auf jeden Fall, also früher waren das die Schmuddelkinder. Man möchte also nicht zu den Schmuddelkindern gehören, man will einfach zu den Guten, den Reinen, den Sozialen, den Solidarischen. Wer möchte denn ein unsolidarischer Bastard sein, hätte ich beinahe gesagt. Ja, man möchte nicht zu den Rechten gehören und deswegen wird auch das häufig als Beschimpfung, sage ich mal, genutzt. Ja, das zieht bei uns halt am besten. Ja. Also, wenn du dir da diese Demos angeguckt hast, ja, was da für Leute rumliefen, ja, ich meine, na klar, verirrt sich wahrscheinlich, was dann hier heißt es ja mit Rechten, also, wahrscheinlich ist auf jeder Demo irgendwo einer drauf, ja, wo man sagen würde, ja, das ist voll der Rechte. Also, da ist wahrscheinlich, ja, auch in jeder Fernsehsendung sitzt da irgendwo einer bei Wetten, dass rum oder so. Soll man deswegen die Sendung abblasen jetzt oder was? Ja, ich meine, wäre vielleicht besser bei, also, na gut, lassen wir das. Ja, also, wir hatten diese operative Psychologie, das konnte man ja studieren in Deutschland lange, in deiner alten Heimat. Wo ist die? Ja, ich sage jetzt mal grob der Osten. Ja, okay. Also, zur Zeit vor der Wende konnte man das studieren und da konnte man halt lernen, wie man im Studium, wie man Menschen, ich glaube, in Leipzig war die Hochschule, wie man Menschen also zerbricht. Das war das Studium. Also, das ist genau, was Seligmann entdeckt hat. Es gibt einen Bruchpunkt bei Säugetieren, das heißt, wenn du die so verrückt gemacht hast, dass das ventrale Vagosystem nicht mehr angehen kann, dann sind die nur noch im Kampffluchtmodus und im Dorsalen Shutdown und irgendwann dreht, irgendwann dreht es durch. Und, ja, und das hat man damals genau erprobt, wie man Leute auf Deutsch zersetzt. Jetzt war vor ein paar Tagen im australischen Fernsehen Knoblauch. Macht K***n uns im Blatt. Jetzt hast du dir da acht Booster reingeknallt und erfährst jetzt, du sollst Knoblauch nehmen und das Thema ist erledigt. Die Leute müssen sich sowas von verarscht vorkommen, wenn die das hören. Deswegen gibt es nur eine Möglichkeit für die und das ist jetzt erst recht noch weiter bis zum letzten Mann. Durchhalten, 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 dissoziieren, abspalten. Man baut sich eine neue Pseudologik auf, mit der man sich das irgendwie schwachsinnigst erklärt. Vorher war halt jedes Leben zählt. Davor war mal only my body, my choice. Da siehst du, wie das hypnotisch umgedreht wird von den Leuten. Auf einmal ist das alles scheißegal. Wird dann auch schon in Foren diskutiert, Leute abzuholen und den Lager zu sperren. Und Nietzsche hat ja gesagt, die größte Krankheit ist in der Regel aus der Bekämpfung einer Krankheit entstanden. Das passt hier auch. Kein Mensch oder Tier kann einen Killerkeim einschleppen und dadurch eine Krankheitswelle auslösen. Der Patient Null ist eine Erfindung der Pandemie-Ideologen. Die Spaltung plus Panikmodus, in dem die Leute quasi wie drin gehalten werden und Ausweglosigkeit, dann bist du auch bereit, alles zu machen. Du bist dann auch unheimlich leicht zu konditionieren. Da läuft jetzt halt der Hase hin und ich möchte nicht unangenehm auffallen. Weil verstoßen werden ist eine der schlimmsten Strafen, die Menschen haben können. Weil das ist auch gleich wieder tot. Wenn man in diese Richtung Schauberger guckt und Tesla und so weiter, was da alles passiert ist, dann hast du keine Fragen mehr. Ich meine, dann ist das klar, was läuft. Sehr spannendes Thema, oder? Wenn man mal schaut, was da für Zusammenhänge, Ursachen dahinter stecken, hinter dieser Thematik. Leider ist es so, dass es mir zu heikel ist, das Video hier komplett und ohne Zensur auf YouTube zu veröffentlichen. Da ich nicht die Existenz meines Kanals gefährden möchte, der schon komplett entmonetarisiert wurde, der auch schon einen Strike bekommen hat. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das komplette Video unzensiert auf einer anderen Plattform zur Verfügung zu stellen. Also wenn du das komplette Video mit dem Jörg Fuhrmann sehen möchtest, dann klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Aus meiner Sicht sollte man das nicht verpassen, das sind ganz wichtige Informationen. Also wenn du dir das komplette Gespräch zu Gemüte führen möchtest, dann klick auf den ersten Link in der Beschreibung und dort kannst du dir gratis den Zugang sichern zur kompletten und unzensierten Version des Videos. Ich wünsche dir viel Spaß damit und wir sehen uns im kompletten Video. Bis dahin, euer Sören.